Ich habe mich eigentlich nie um die psychedelische Bewegung gekümmert. Wir haben vielleicht die eine oder andere private, persönliche Erfahrung gemacht mit Dingen, von denen wir uns hätten fernhalten sollen. Typisch für junge Leute halt. Aber ich war nie ein großer Verfechter dieser Ideologie. Für mich ist alles irgendwie bewusstseinsarbeitend oder psychedelisch. Wir wollten etwas wirklich Neues, Mitreißendes machen. Wir hatten erlebt, wie John Cage die Welt verändert hatte und das interessierte uns. Damals entdeckten wir das Feedback für uns. Wir trommelten nicht, wir sangen nicht, wir gingen gleich ans Eingemachte. Am Anfang unserer Konzerte spielten wir 25, 30 Minuten nur Feedbacks. In Berkeley wurden wir einmal beschuldigt, damit einen Hund getötet zu haben. Es war eine aufregende Zeit.